Ich plane nicht sehr weit in die Zukunft. Eine Woche ist eigentlich völlig ausreichend für mich. Ich glaube einfach daran, dass man gemeinsam in einer Gruppe, in einem Team mehr erreichen kann. Da geht es darum, ein Winning Team zu werden. Ich freue mich einfach darauf, die Menschen, mit denen ich arbeite, mit denen ich lebe, zu sehen. Ich habe eigentlich nie das Gefühl, ich habe keine Lust aufzustehen morgens. Es ist häufig für mich wichtiger, mit wem tue ich etwas, als die Frage, was tue ich an diesem Tag genau.